ja willkommen mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyrie Chronicles wir sind immer noch hier in der Schlacht wo wir die Brücke wieder ein äh erobern müssen und ja mitten in der Schlacht der Gegner ist dran hoffen wir auf das Schlimmste was macht dagegen es sieht da voll gut aus für uns muss ich sagen nur das die Kugel halt einfach ab richtig geil ganz ehrlich Oskar sowieso nicht gewacht da es wird immer sehen was passiert und jetzt haben wir gar keinen mehr hier der weiß wo irgendwelche Leute sind okay retweeting wir können ja wir können in den camps können wir unsere einer in zurückziehen lassen super ich hoffe doch ja ich glaube man schafft sie nicht verdammt ausgabeartig ich hatte dich ich hatte dich dein engel ist schon unterwegs medic medic und die lady werden wir noch ein gemahlen begegnen habe ich das gefühl ne auf jeden fall so sein da sind es nicht na gut dann würde ich sagen wir holen uns verstärkungen lasse ich mal gucken da haben wir noch ein tor und deswegen das war verdammt weit entfernt dann haben wir uns kathrin zitter jones und wird auch nicht irgendwie besser reinhauen weil ich ging immer auch ein bisschen weiter nach vorne das war ganz vergessen wir haben panzer der macht alles kaputt man warum treffe ich ihn von mir aus nicht das war ein bock hat er kann sonst hier hat spiel verliebt leise release nur jetzt auch mal ein warum sie hat sich von ihnen vor ok ich habe klappt leck mich doch am das ist ein offensichtlicher kill doch warum treffen wir nicht der licha geht man eigentlich habe einen leiter gesehen ich glaube wenn wir übrigens unsere einheit nicht rechtzeitig mit dem medic zurückholen dann sind die glaube ich für immer weg weiß ich gesagt nicht ich habe bis jetzt immer geschafft meine einheiten zurückzuholen deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht was passiert und scheiße da kann man ja nicht leiter nach oben dann bleibe ich über hier sind sicherheit ja langsam kommen wir hier spät eigentlich sehr einfach es kann nur manchmal ein paar stolper steine in den weg legen sag ich mal da war eigentlich nicht so schwer das spielt zu schaffen ich muss mal gucken wie man jetzt als nächstes lang ist das kämpfe einnehmen das wäre gut so sicher auch mal genau nach vorne jetzt weiter nach vorne gefällt eigentlich die position da wo die licha gerade ist deswegen gehen wir mal daheim da kann man glaube ich die gegner sehr gut flankieren deswegen gehen mal einige von euch da entlang mit 12 gehen wir einfach so geradeaus durch klingeln nach dem plan das klingt nach dem plan ein bisschen den sprüchen da wollte punkte es hat auf jeden fall gemacht und dann mal gucken wie der gegner darauf reagiert gegner phase ist irgendwas passiert naja nur ein paar tote wir haben ja nur bestimmte anzahl anzügen zeit ja und die können jetzt auch nach bestärken rufen kostet ja war cp genau wie uns beruf jetzt schon auf den nerv jetzt kann man jetzt unsere sniper in auf den schlagfeld ich hoffe in gegensatz zu oscar trifft sie auch und es von nutzen und ich hoffe wirklich schafft es bis dahinten zum gott sei dank bis zum türmchen so ist das ein paar da wird es mir auf den arm nehmen wir haben sich dahinten im lancer versuchen zu überlegen treffe ich dich wie vorsichtig man hier schießen muss er erzielen muss ich treffe den kopf nicht ach so verdammt machen wir mal anderes zielfällig wir bringen es irgendwie nicht wie ich weiter nach vorne mit denen hat auch nicht wahr sein lieber nicht sind noch irgendwo ein turm gut schlecht sniper geht mir auf den nerven nur zweck und lancer was haben wir hier noch immer noch ein lancer kopf nicht was soll das wir können immer noch von hier verstärken rufen das wäre nicht so schön weil deswegen immer hier mal camp ein und freuen uns unserer tage ok ich weiß nicht wir mal hierüber da wird besser so hier ist das sniper na warte hier sind wir in sicherheit deswegen können wir einfach durch straße geben glaube ich treffe ich jetzt im sniper oben darf man nicht so viel aushalten eigentlich warte muss doch irgendwie eine möglichkeit gehen da hoch zu kommen so sie das wirst du jetzt mal ja herausfinden da sind leitern genau dann gehst du sie mal hier hoch hallo der panzer war nicht an da war man das hier mal erledigt der panzer ist aktiv sehe ich super mit der mit der sind wir in sicherheit würde ich sagen wir liefern und die sniper auseinander weil es ja noch ausgauermäßig schafft weil dann haben wir schon mal gute chancen hallo das gibt es einfach nicht da darf einfach nicht wahr sein wie kann man so viel pech habe ich verstehe nicht ja da wo wir haben was anderes vor du guckst mal ob du hier ein paar panzer auseinander nehmen kann das ding ist nicht explodiert dadurch ja so viel pech habe ich habe noch nie so viel pech gehabt in dem spiel meine güte oh ja ich habe noch nie so viel oder hat keine motion mehr ich habe noch nie so viel pech in dem spiel wie in diesem let's play darf einfach nicht wahr sein irgendwie komisch da kämen du machst mal wo du jetzt mal ein sniper auseinander falls wir natürlich trifft mein gott habe ich glaube ich habe ich jetzt schon da darf nicht wahr sein gesagt wenn ich jetzt sehen könnte ich bin der fall meiner verzweiflung am ertrinken aber jetzt kommen die ganzen verstärken noch noch und wir haben ja nur zehn züge zeit ja verstärkt das kapiert ich glaube ich gehe mit der edelweiß nach vorne ja konnte ja auch schon verdammt oft gesagt tipps wohl da hinten kommen welche wie lustig keine voll akku aber die sind natürlich so blöd und gegen dreck die straße hinter wenn unsere arme weit wegen ja ich hoffe auf jeden fall im nächsten part wenn wir die mission in der tasche haben ja wer dann doch verdammt viel passen bin ich um das ja egal erwesens macht kevin einen guten job ja komm du am besten auch näher und lässt sich zerballern ja 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 richtig toll wird erst in den längeren missionen da auch schon verdammt lange im moment also drei partner mindestens ich weiß auch nicht mal drei parts ja gott und sagt es wo ich mal wie viele leute auf einmal sind ja dann würde ich sagen den rest oder im dritten teil dieser mission machen wir im nächsten part ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss englische Machines nach komm millones auch nach über